Willkommen zu Video 9. Wir wechseln das Metrum. Wir waren jetzt wirklich acht Takte, acht Videos lang, acht Folgen im Viervierteltakt. Jetzt gehen wir mal in den Dreivierteltakt. Im zehnten Video kommt übrigens dann noch der Sechsachteltakt. Warum jetzt Dreiviertel? Ganz einfach, weil das immer wieder stattfindet. Also in meinem Spielen mit Bands und Ensembles und musikalischen Situationen gibt es, ich weiß nicht genau, aber ich würde mal sagen, mindestens eins von zehn Stücken ist im Dreivierteltakt. Und da muss man sich mit beschäftigen, um einfach so eine Selbstverständlichkeit darin zu entwickeln. Deshalb machen wir das jetzt hier. Okay, schauen wir mal auf das Blatt 9a, damit wir ein bisschen in dieses Feeling reinkommen. Wiederholen wir wieder die ersten Takte, also den ersten Takt viermal, den zweiten, den dritten, den vierten. Und müssen ein gutes Tempo finden, dass das nicht so schnell, nicht so langsam ist. Da, du, 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 da, du, du. Das wären jetzt die Viertel, ja. Also ich zähle mal vor. Eins, zwei, drei, eins, zwei, der erste Takt. Ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba, bu, da, du, 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 da, du, du. Zweiter Takt. Ba, da, du, 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 da, du, da, da, ja, ba, 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 du. Ja, ba, ba, bu, bu, ba, ba, ja, ba, 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 ba. Eins, zwei, drei, dritter Takt. Zwei, drei. Und noch den vierten Takt. Eins, zwei, drei. Die rhythmische Pyramide in drei Vierteln, wenn wir das jetzt wirklich mal machen, Viertel, Achtel, Triolen und Sechzehntel, jeweils zwei Takte. Vielleicht eine ganz gute Übung nochmal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. ok ich merke beim singen das tempo ist ganz ambitioniert deswegen werden wir jetzt wenn wir gemeinsam dass die 16 takte mit 9a singen oder klatschen wir werden es erstmal klatschen wir gehen ein bisschen runter im tempo damit das etwas entspannter ist ok ich mache es mir hier gemütlich hier ist wieder meine bass drum und die gibt mir den beat den puls im dreiviertel takt zwei takte vor 1 2 3 1 2 3 ich mache mal eine kleine pause falls jemand aus der kurve geraten ist wir sind jetzt kommen zu takt 9 zwei takte vor 1 2 3 1 2 3 ok ein bisschen tricky im vorletzten takt takt 15 haben wir eine vierteltriole in einem dreivierteltakt die verteilt sich also auf zwei viertel ba 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 drei ba 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 drei ok jetzt singen wir das ganze ich gebe mir ein beat 231 von vorne erster takt und ba 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 bach dacca dacca dacdu dacda dacodatatar ich mache mal ein paar takte pause und wir kommen zum numero 5 1 2 3 1 2 3 2, 3, 1, 2, 3, Takt 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, Takt 13. 1, 2, 3. Ba, bu, ba, bu, da, du, da. Du, 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 ba, 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 ba. Bu, bu, ba, bu, bu, ba. Ich habe das gemacht mit den Pausen, weil wir haben ja kein Signal auf der 1. Und da geht einem manchmal ein bisschen das Metrum flöten. Und deshalb dachte ich, wenn wir das in 4-taktigen Abschnitten machen, ist es vielleicht ein bisschen zugänglicher. Jetzt machen wir den ganzen Text ohne Pause. 1, 2, 3, 1, 2. Von vorne. Ba, bu, 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 ja, bu, ba, 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 ba. Bu, da, 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 du, du, da, 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 du, 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 da, ja, ba, ba. Bu, bu, ba, bu, bu, ba, bu, ba, bu, ba, 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 ba Okay. Wie immer wird es beim zweiten Notentext, Notentext Blatt 9b, wird es komplexer. Es kommen mehr Synkopen rein, es gibt mal die ein oder andere gebundene Note. Und deshalb schauen wir mal auf ein paar Situationen in dem folgenden Text von Blatt B. Bitte schauen Sie mal in Takt 5. Das hatten wir eben schon. Da verteilen sich sozusagen zwei punktierte Viertel auf den kompletten Takt. Da haben wir praktisch diese Bewegung andersrum. Wir haben jetzt nicht 3 gegen 2, sondern wir haben jetzt 2 gegen 3. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ein anderer Takt, den wir uns kurz anschauen sollten, ist der Takt 9 mit den beiden Bindungen von der 1 und zur 2 und von der 2 und zur 3. 1, 2, 3. Ba, du, ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba, bu, ja, bu, ba, bu. Und dann vielleicht noch den Takt 15. Da haben wir auf der 1 eine Viertel. Und dann kommt ein Block, Viertel Triolen auf der 2 und auf der 3. 1, 2, 3. Ba, 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 ba. 1, okay. Wir probieren mal und singen Blatt 9b gemeinsam von vorne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 2, 2, 2, odd. Okay. Es geht weiter mit einem kleinen Dikté. Und in diesem Dikté findet sich alles wieder, was wir jetzt gerade eben gemacht haben. Das ganze rhythmische Programm. Wie immer werde ich die Takte einzeln. Nein, Entschuldigung, in diesem Fall ist es zweitaktig. Dreiviertel geht zu schnell vorbei. Deswegen werde ich die Patterns zweitaktig singen. Sie schreiben es bitte auf. Auf geht's. Eins, zwei, drei. Sorry, Tempo ist zu schnell. Etwas langsamer. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ba, bu, ja, ba, 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 bu, 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 ba, bu. Eins, zwei, drei. Ba, bu, ba, ba, ba. Bu, bu, du, 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 da, du. 1, 2, 3, da, du, da, 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 du, 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 da, du, 1, 2, noch mal und ba, bu, ba, da, da, du, 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 da, du. Zweites Pattern, Takt 3 und 4. Und ba, bu, ya, du, da, 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 Du, da, ja, du, da, du, da, du, da, du, da. Drittes Pattern, Takt 5 und 6. Eins, zwei, drei. Ba, du, 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 da, da, du, da, 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 ba, ba. Ba, ta, 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 ja, ba, 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 ba. Ba, ja, ba, ta, ka, da, da, du, du, ta, ka, da, ba, ba, ba. Noch einmal. Da, du, ka, du, ka, du, da, du, ka, ja, ka, ka, ba, ba, ba. Petra Nummer vier. Takt sieben und acht. Eintakt vor. Eins, zwei, drei. Yadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Wir kommen zum fünften Pattern, Takt neun und zehn. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Du, Duh, 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 Du, Duh, 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 Da, Du, Du, Du. Sechstes Pattern. Takt 11 und Takt 12. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba. Ba, bu, da, du, da, du, da. Und Ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba, bu, ba. Da, Du, Da, Du, Da, Du, Da, Du, Da, Du, Da. Okay, wir kommen zu Takt 13 und 14. Siebtes Pattern. Ein Takt vor. 1, 2, 3. Bu, ba, ja, ba, 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 ba. 1, 2, 3. Du, Da, ja, ka, da, 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 da. 1, 2, 3. Bu, ba, 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 ba. Du, Da, ja, ka, da, 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 da. Okay, Pattern Nummer 8. Die letzten beiden Takte. Takt 15 und Takt 16. Ein Takt vor. 1, 2, 3. Ba, 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 bu, ba, bu, ba, 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 ba. Und ba, da, da, du, 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 ja, ba, ba. Ba, ba, da, da, du, 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 da, ja, ba, 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 ba. 1, 2, 3. 1, 2. Ja, ga, ga, du, 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 bu, ba, 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 ba. Okay. Das war's. 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 Vielen Dank.